Seit Sommer dieses Jahres sind Luca und Christina Henni Eltern. Die Profitänzerin erinnert sich jetzt an einen beunruhigenden Vorfall während der Schwangerschaft zurück. Aus einem Duo wird ein Trio, verkündeten die Let's Dance Stars Luca und Christina Henni im Juni auf Instagram. Es ist das erste Kind für den Schweizer Sänger und die Profitänzerin, die seit 2023 verheiratet sind. Seitdem geben die Eheleute regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag zu dritt. Jetzt thematisiert Christina Henni einen dramatischen Zwischenfall, der sich noch vor der Geburt ihrer Tochter ereignet hat. Vor einem Jahr hat unser großes Glück mich in einer ganz besonderen Zeit begleitet und mir ist aufgefallen, dass ich über diese Zeit, die so besonders war, noch gar nicht mit euch gesprochen habe, schreibt Christina Henni zu mehreren Fotos, die sie sehen können, wenn sie bei dem Instagram-Beitrag nach rechts klicken. Als nächstes lag ich plötzlich am Boden daraufhin, berichtet die 34-Jährige, wie es für sie war, im vergangenen Jahr schwanger an der Let's Dance Tour teilzunehmen. Dann wurde die Sportlerin krank. Fieber und das volle Programm. Ohne Großmedikamente war es hart, erinnert sie sich. Ihren Verpflichtungen habe sie dennoch nachkommen wollen und sich zum Moderieren in die Schweiz begeben. Ich dachte, weniger körperliche Belastung wird mir gut tun und dem war auch zunächst so. Doch dann kam es zu einem alarmierenden Vorfall. Auf dem Rückflug kam mein Koffer nicht an und als ich am Schalter stand, wurde mir plötzlich ganz schwindelig. Als nächstes lag ich plötzlich am Boden und der Notarzt neben mir. Der Kreislauf hat schlapp gemacht und die kurze Ohnmacht hat mich dann die Notbremse ziehen lassen. Auswirkungen auf das ungeborene Kind habe dies glücklicherweise nicht gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.